Anna-Maria Damm, ihr Baby ist endlich da! Anna-Maria Damm ist im Baby Glück, die YouTuberin hat ihr erstes Kind auf die Welt gebracht. Im Januar gab Anna-Maria Damm bekannt, dass sie schwanger ist. Nun ist ihr Töchterchen tatsächlich auf die Welt gekommen. Die tolle Baby Nils verkündete sie selbst bei Instagram. In den vergangenen Wochen konnten Fans die Schwangerschaft praktisch mitverfolgen, denn immer wieder gab es neue Updates. Kurz vor der Geburt meldete sich das Model sogar noch aus dem Krankenhaus. Den Namen hat sie noch nicht verraten. Das Baby ist am Donnerstag, den 7. Juni um 18.15 Uhr auf die Welt gekommen. Noch verrät sie den Namen ihres Kindes nicht, das wird aber wohl nur eine Frage der Zeit sein. Ihr Freund Julian Gutjahr war die ganze Zeit an ihrer Seite. Die kleine Familie kann ihr Glück nun zu dritt genießen. Die Fans gratulierten dem Paar und sind schon auf die nächsten Updates und das erste Babyfoto gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. U NDR